Verarbeitungs- und Fertigungslinien in der Lebensmittel- und Getränkindustrie sind in der Regel hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Die SKF Foodline Y-Lagereinheiten stellen eine wartungsfreie Lösung dar, die die Produktivität und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig geringen Kosten erhöht. Dadurch sind diese Einheiten besonders gut für Anwendungen in feuchten und kontaminierten Umgebungen geeignet. SKF Foodline Y-Lagereinheiten sind speziell für den Betrieb in feuchten Umgebungen entwickelt worden und beständig gegen Hochdruckreinigungsvorgänge, selbst mit aggressiven Waschmitteln. In Hochdruckreinigungstests wurde ihre Beständigkeit gegen eindringendes Wasser nachgewiesen. Der Zusatz von rotem Farbstoff macht diesen Nachweis besser sichtbar. Hochdruckreinigen mit heißem Wasser und ätzenden Chemikalien kann zu diversen Problemen führen, die das Produkt weniger zuverlässig machen. Schmierfette können herausgewaschen werden, was wiederum häufigeres Nachschmieren bedingt. In Bereichen mit geringem chemischem Widerstand kann es zu Korrosionsbildung und zum Abplatzung von Material sowie eventueller Kontamination kommen. Diese kombinierten Effekte können zu herabgesetzter Lagergebrauchsdauer sowie erhöhten Kosten für Schmierung und Wartung führen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei der Demontage des Lagers stellen wir fest, dass weder Wasser noch Reinigungsmittel eingedrungen sind und die Dichtwirkung selbst durch die Hochdruckreinigung nicht beeinträchtigt wird. Somit ist das Lager frei von eingedrungenen Verunreinigungen. Bei der Demontage des Lagersocado道 und Wartung des Lagers Bei der Demontage des Lagerони bei der Demontage des Lagers bei der Demontageen upstream Dies ist der hervorragenden Dichtung zu verdanken, die weder Reinigungsmittel noch sonstiges Prozessmaterial in das Lager eindringen und das Fett nicht austreten lässt. Das Dichtungsdesign beinhaltet eine mit fester Passung auf dem Innenring montierten Schleuderscheibe, die das Eindringen von kriechenden Reinigungsmitteln verhindert, sowie eine erhöhte Fettfüllung und eine reibungsarme Mehrfachlippendichtung. Diese Merkmale ermöglichen eine Wartungs- und nachschmierfreie Lagereinheit. Bestimmte Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften der Lebensmittelindustrie können eine Abwicklung der Lagereinheiten vorschreiben, damit die Beschäftigten vor Verletzungen durch exponierte umlaufende Wellenenden geschützt werden. Ein zuverlässig funktionierender Enddeckel wird auch durch die Hochdruckreinigung nicht von der Lagereinheit entfernt. SKF Foodline Y-Lagereinheiten für die Lebensmittelindustrie sind eine wartungsfreie Lösung. Sie sind vollständig abgedichtet und brauchen nach ihrem Einbau nicht nachgeschmiert zu werden. Dadurch erübrigt sich auch die Beseitigung von überschüssigem Schmierfett und die damit verbundene Umweltbeeinträchtigung. Zu den Hygienemerkmalen gehören ein massiver Gehäusefuß ohne Hohlräume, in den sich Schmutz und Bakterien einnisten können, eine hellgraue Farbe zur einfachen visuellen Kontrolle, eine hohlraumfreie Oberfläche, auf der sich keine Bakterien ansammeln können, ein glattes Design mit stark abgerundeten Ecken zweckseinfacher Reinigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie viel können Sie durch den Einsatz von SKF Foodline Y-Lagereinheiten einsparen? SKF Foodline Y-Lagereinheiten für die Lebensmittelindustrie – die wartungsfreie Lösung. SKF Foodline Y-Lagereinheiten für die Lebensmittelindustrie – die